hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde star stable adventskalender und wir schauen uns heute wenn ich ja wenn ich nicht den boden hinter der anführerin stecken würde könnten wir uns auch das nächste türchen angucken oh mein gott was ist nun mit diesem boden hier nicht richtig wir schauen uns nun das vorletzte türchen vor weihnachten an so die camilla ist auch schon fleißig am türchen ab checken okay wir müssen die camilla ausblenden ich will nämlich wunderbar hier egal das ist er auf machen kann wir möchten türchen nummer 23 sehen ich habe mal so ein bisschen die alten sachen angeschaut und da war eigentlich müsste ich dürfte jetzt nichts gutes drin sein und wir öffnen türchen über 23 und die schneegestöber satteltasche hey die hat was die gefällt mir okay also die die müllbeauftragten haben daneben gelegen denn das ist eine richtig coole satteltasche schaut sie euch an die hat echt was die gefällt mir gut das ist wirklich schöne satteltasche mit hier dieser ist es ist ein getränkehalter auf jeden fall eine saukohle satteltasche gefällt mir wirklich gut eure meinung dazu wie immer in die kommentare ich sage danke fürs zuschauen viel spaß mit der satteltasche und einen wunderschönen tag euch noch bis dann ciao